Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Ernst Koch, heute wieder mal in der freien Natur. Seit einigen Monaten beschäftige ich mich ein Thema sehr intensiv und das erwähne ich auch in vielen Gesprächen. Ich stelle fest, dass viele Menschen das entweder nicht verstehen können oder wollen. Und zwar, ich tue alles mit voller Konzentration, Aufmerksamkeit, Hingabe und Liebe. Und ich bin überzeugt, dass in diesem Moment, wenn ich alles mit voller Konzentration, Aufmerksamkeit, Hingabe und Liebe tue, ich mich automatisch verbessere. Und zwar von Tag zu Tag. Ich habe das jetzt in den letzten drei Monaten erleben dürfen und mich dabei beobachtet und meinen Werdegang. Und es ist fantastisch, was ich da erleben durfte. Und aus diesem Grunde wollte ich das hier mit diesem kleinen Video mal kurz teilen. Wenn Sie jetzt nur versuchen, alles was Sie tun, egal was Sie genau machen, mit voller Konzentration, mit Hingabe, Aufmerksamkeit und Liebe zu machen, werden Sie feststellen, wie Ihnen viele der Dinge, die Sie vielleicht nicht mögen, viele Handlungen, viele Arbeiten, viele Aufgaben, viel, viel leichter gelingen werden. Und Sie werden ein paar positive Überraschungen erleben. Genauso wie ich jetzt die Kirchenglocken her. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen wunderschönen Tag. Lassen Sie es gut gehen und probieren Sie es einfach mal aus.